Schön, dass ihr alle ausgehalten habt heute hier auf der Fotokina 2018 bei der Fujifilm X-Stage. Ich freue mich euch heute ein bisschen was von meinen Arbeiten zeigen zu können, ein bisschen was zu erklären zu meinen Bildern, warum ich überhaupt mit Fujifilm X fotografiere. Das heißt, warum diese Kameras mir so ans Herz gewachsen sind. Ja, ihr könnt ruhig nach vorne kommen, wir müssen den Rettungsweg ein bisschen freilassen. Ja, kommt ruhig ein bisschen nach vorne. So, hier oben steht schon, I love my Fuji. Ich zeige euch jetzt in den nächsten 10 Minuten, warum mein Herz für die kleinen Fujifilm Kameras schlägt. Ich habe die auf meinen Reisen kennen und lieben gelernt aus folgendem Grund. Man sieht es ganz gut auf diesem Bild schon. Auf der einen Seite ist so eine alte DSLR-Kamera, die ich vorher genutzt habe und rechts davon ein bisschen kleineres Equipment. Das heißt, wenn ich auf Reisen gehe, gerade für Jobs und so weiter, für Fujifilm zum Beispiel, immer mit einem riesen Gepäck am Start zu sein, großen Koffer hinter sich her zu sehen mit 5, 6, 7 Objektiven und Blitzen und viel Equipment, hat mich das irgendwann mal genervt. Irgendwann habe ich gesagt, ich brauche etwas Kleines, Handliches, das ich immer dabei habe. Und somit bin ich auch zu den Fujifilm X-Systemen gekommen. Hier zum Beispiel eine oder meine Lieblingskamera, die X-T2, jetzt natürlich der Nachfolger, die X-T3, die nochmal von den Features her wirklich deutlich zugelegt hat. Schaut euch hier am Messestand beim Touch & Try diese Kamerasysteme einmal an, nehmt sie in die Hand, testet mit eurer eigenen Speicherkarte und schaut euch zu Hause die Ergebnisse an. Testet vor allem mal den Autofokus, was sich da alles geändert hat. So, warum mag ich diese Kamera so? Weil es halt eine Kamera ist oder ein Kamerasystem, das ich immer dabei habe. Hier zum Beispiel war ich mit ein paar befreundeten Fotografen letztes Jahr, oder ach, das sind schon wieder eineinhalb Jahre her, in Tokio gewesen. Wir sind eines Nachts durch Tokio gelaufen, ich fand diese Straße ganz cool, weil halt viele Lichter und so weiter, man sieht es oben in der Mitte, die Regentropfen, es hat ziemlich stark geregnet, ja. Und ich bin beim Laufen mit dieser Kamera, die ich umhängen hatte, ja, über diesen Zebrastreifen gelaufen. Und ich dachte mir, man kennt es von Deutschland, so ein Zebrastreifen, das ist ein Hoheitsstreifen, ja. Jeder wird stehen bleiben, wenn du da langsam über diesen Zebrastreifen läufst. Dieser Taxifahrer hat es anders gesehen, wie mir danach berichtet wurde, gelten diese Regeln dort also nicht, da ist die Ampel immer noch die Hoheit, ja. Also er war entsetzt, dass ich so langsam über diesen Zebrastreifen laufe mit der Kamera und habe ein Bild gemacht. Hier mit diesem kleinen Aufsteckblitz von Fuji. Man sieht den Taxifahrer auch so richtig angeleuchtet, ja. Also dieses Bild, was ihr hier seht, ist aus dem Laufen heraus entstanden mit einer Zoom-Bewegung vom Objektiv und einmal mit dem Blitz abgedrückt, ja. Und das funktioniert natürlich nur mit dem kleinen System, das du umhängen hast und wie gesagt immer dabei hast, ja. Deshalb liebe ich diese kleinen Kameras so. Hier zum Beispiel, das war letztes Jahr in Vietnam, da habe ich ein paar Bilder gemacht für Fujifilm. Diese Frau, die wir hier sehen, die ist schon aufgrund dessen, dass sie Asiatin ist, ziemlich klein. Dann ist sie zusätzlich noch ziemlich alt gewesen und kommt mir auf einem Markt entgegen, ungefähr auf 1,20 Meter Höhe, habe ich diesen Hut gesehen, ja. Das heißt, das Gesicht dieser Frau habe ich überhaupt nicht gesehen, nur den Hut von oben. Da ich die Kamera umhängen hatte und auf Autofokus mit dem Augenerkennungssystem gestellt habe, ja, habe ich einfach nur beim Entgegenlaufen der Frau 3, 4, 5 Mal abgedrückt und ein Glückstreffer war dabei, wo sie direkt mit den Augen praktisch in die Kamera reingeschaut hat, ja. Vielleicht durchs Auslösegeräusch, keine Ahnung. Also, das ist natürlich auch so ein Glückstreffer, wie jeder mal hat in einem Urlaub oder auf einer Reise, ja. Das hat man nicht jeden Tag, aber das funktioniert nur, wenn du so ein kleines System umhängen hast, was nicht so groß aussieht wie jetzt ein Profifotograf, ja. Hier auch in Bild in Vietnam letztes Jahr entstanden. Ich liebe es, die Menschen zu Hause zu fotografieren, bei, ja, im Ursprung, wo sie zu Hause leben, wie sie leben, ja. Das sind ja oft Menschen, die sehr arm sind und eigentlich nicht wirklich viel haben, ja. Und die sind unheimlich dankbar, wenn man sich für sie interessiert. Und ich mache sehr gerne so Fotoshootings, wo ich diese Leute mit einbeziehe, ja. Und nicht nur einbeziehe, sondern teilhabe, teilhaben lasse. Zeige ihnen die Bilder natürlich auf der Kamera, was da entstanden ist. Unter anderem, ja, das ist zum Beispiel ein Bild. Das mache ich immer, wenn ich in fremden Ländern bin und sehe ein Fujifilm-Logo irgendwo an der Wand oder irgendwo fotografiere ich mich mit diesem Logo, ja. Da ich mit dieser Marke wirklich verbunden bin. Jetzt nicht nur, weil ich die Systeme gestellt bekomme, sondern einfach, weil das für mich die Kamera ist, mit der ich am besten arbeiten kann. Das heißt, ich nehme die Kamera in die Hand, mit einem Blick auf die Kamera sehe ich sofort, was für eine Blende ist eingestellt, was für eine Zeit und welche ISO, ja. Ich muss kein Menü, brauche kein beleuchtetes Display. Ich sehe das manuell, alles mit Zahlen direkt sichtbar. Und deshalb liebe ich das so. Hier im Street-Fotografie-Einsatz fällt mir natürlich auf in Peru. Das war bei einer Fujifilm-Paraglide-Expedition. Das ist jetzt schon fünf oder sechs Jahre her. Auf dem Machu Picchu sind wir praktisch mit dem Gleitschirm gestartet und ins Tal geflogen. Was wir nicht wussten ist, dass man vom Machu Picchu eigentlich nicht fliegen darf. Ja, wir sind also im Ort, wie wir unten gelandet sind, mit MG von zwei Polizisten gestellt worden. Haben am Auto gestanden, breitbeinig und haben uns schon in einem südamerikanischen Knast gesehen, ja, bei Brot und Wasser. Das war leider nicht so witzig, aber er konnte uns kein Schild und keine Schrift zeigen, wo drinsteht, dass man nicht fliegen darf. Aber sie haben es halt behauptet, ja. Wir sind nach zwei oder fast drei Stunden sind wir wieder freigelassen worden, ja. Aber es war schon ein sehr interessantes Erlebnis damals gewesen. Gerade beim Landen immer in Peru, da laufen die Kinder alle zusammen. Und wenn man die fotografiert und zeigt denen so ein bisschen auch diese Bilder, ja, und zeigt mal diese Zoom-Funktion vom Display, wie das geht, dass sie ihre Gesichtgröße sehen, ja. Das gibt einem unheimlich viel. Also mir persönlich jetzt, ja. Wir haben immer zum Beispiel kleine Chupa-Chups-Lutsche dabei, ja. Dass wir den Kindern was an die Hand geben können, ja, dass sie sich freuen. Und das zum Beispiel dieses Mädchen, wir sind zwei Tage am gleichen Ort mit dem Paragleitschirm geflogen. Und ich habe dem Mädchen einen Chupa-Chups-Lutsche gegeben mit so einem neongrünen Kaugummi, ja. Das war morgens um elf oder zwölf Uhr Vormittag, ja. Am nächsten Tag fliegen wir, um 16 Uhr lande ich auf dieser Wiese und das Mädchen kommt so auf mich zugerennt beim Landen mit diesem neongrünen Kaugummi im Mund, ja. Das heißt, über 24 Stunden später war dieser neongrüne Kaugummi noch im Mund. Und ich habe das gesehen und, ja, das sind einfach Emotionen, wo man von so einer Reise mitnimmt, ja. Hier zum Beispiel in Kaboccia, das ist zwei oder drei Jahre her, eine Aufnahme in einem Tempel von so einem kleinen Jungen. Das ist ja immer so, die wissen natürlich schon, dass es Kohle gibt, wenn man die fotografiert, ja. Dann machen sie extra immer so einen Blick, sie gucken in die andere Richtung, um nicht fotografiert zu werden ohne Geld. Das habe ich hier in diesem Fall genutzt, das ist also wirklich ein Schnappschuss, wo der Junge auf diesem Stein sitzt und dreht sich ein bisschen auf die Seite. Hier sieht man ganz gut im Augenlicht, dass da wirklich nur zwei kleine Lichtquellen vorhanden waren, die diese ganze Szene ausgeleuchtet haben. Hier damals mit einer XE1 fotografiert, wo jeder gesagt hat, ja, mit diesem Autofokus, das funktioniert nicht bei bewegten Objekten und so weiter. Ich habe hier in einem Tuk-Tuk gesessen. Tuk-Tuk kennt jeder, so ein Dreirad, wo oft in diesen asiatischen Ländern fährt, ja. Und auf dem Schoß liegend ein California Sun Bounce, das ist so ein goldener Reflektor, ungefähr 1,20 Meter breit, liegt bei mir auf dem Schoß, ja. Und ich habe zu diesem Tuk-Tuk-Fahrer gesagt, bitte fahren wir irgendwo hin, so ins Hinterland, wo die Leute wohnen, wo man ein bisschen Ruhe hat, abseits vom Tourismus, wir fahren so einen kleinen Schotterweg irgendwo in so ein kleines Bergdorf und plötzlich sehe ich nur, wie so eine Traube Kinder, 10, 20 Kinder hinter unserem Tuk-Tuk herrennt. Der Tuk-Tuk-Fahrer hat sich alle 10, 20 Sekunden rumgedreht. We can't stop here. Never. No. No. Und ich habe immer gesagt, er soll doch bitte stehenbleiben. Nein, er bleibt nicht stehen, weil die nehmen uns das Tuk-Tuk aus der Hand. Die haben natürlich nur so einen kleinen, dicken deutschen Fotografen gesehen, der da mit einem goldenen Backblech irgendwie in unser Ort, in unsere Stadt reinfährt. Was macht der da? Was bringt der für Gaben, ja. Und man sieht ganz gut den Sun Bounce Reflektor noch in den Augen, im rechten Augenlicht, sieht man ganz gut. Ich konnte den natürlich gar nicht halten zum Ausleuchten oder so, der hat einfach nur bei mir auf dem Schoß gelegen. Und dieses Bild ist also wirklich im fahrenden Tuk-Tuk entstanden. So, auch auf Hochzeiten nutze ich sowas zum Beispiel. Kleine Systemkameras, spiegellos, ja. Das heißt, ich kann das Auslösegeräusch ausschalten. Ihr wisst es alle, wenn ein Fotograf in der kleinen Kapelle mit so einer DSLR-Wumme vor euch steht, ja, gerade beim Ring anstecken und vielleicht noch ein Liebeslied im Hintergrund läuft, wo so eine Gospelsängerin singt, ja. Und ihr steht da vorne, bumm, 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 bumm. Jetzt versucht mal auf dieser Hochzeitsveranstaltung noch ein paar coole Bilder zu bekommen. Die ganze Hochzeitsgesellschaft hasst euch. Das war der Fotograf, der uns alles in der Kirche schon kaputt gemacht hat, ja. Also deshalb liebe ich eigentlich diese kleinen Kameras, denn sie sind wirklich super kompakt. Ich muss dazu sagen, ich habe hier eine Hochzeit fotografiert, damals mit einer X100, ja. Wenn du natürlich morgens vor dem Brautpaar an der Klingel stehst, klingelst und hast so ein Ledertäschchen umhängen, ja, dann macht die erst mal die Tür auf und du sagst, ja, ich bin der Fotograf. Oh, ah, dann siehst du richtig, wie im Kopf das PDF-Angebot von vor drei Monaten aufgerufen wird. Was kostet der? Ey, der hat nur so ein kleines Ledertäschchen umhängen, ja. Wenn ihr aber dann so ein bisschen was an Ergebnissen dem Brautpaar natürlich zeigt und die sehen, was wirklich aus so einer kleinen Kamera rauskommt, ist es unheimlich gut, ja. Ich mache oft noch so eine In-Camera-Raw-Konvertierung. Das heißt, ich kann meinen Raw-File in der Kamera umwandeln in ein JPEG. Ja, das heißt, ich kann einen Bildlook drüberlegen, kann zum Beispiel sagen, ich hätte das Bild gern in schwarz-weiß und zeige es diesem Brautpaar dann, ja, und dann ist gleich so ein bisschen ein besseres Gefühl da. Früher habe ich gedacht, warum brauchst du denn überhaupt eine In-Camera-Raw-Konvertierung? Wir haben doch alle Lightroom, Capture One und diese ganzen Raw-Konverter zu Hause. Ich mache auf meinen Reisen aber immer sehr gern Bilder, druck die dann auf so einem kleinen, ja, kabellosen Drucker aus. Der passt immer in die Hosentasche, die Akkuladung, die hält wirklich circa drei bis vier Wochen, ja, bei mir. Ich kann euch nur sagen, wer Reisefotografie betreibt, legt euch so ein Ding zu, ja. Das ist jetzt von Fujifilm ein SP3-Drucker, das ist ein Square-Format. Wenn ihr fremde Menschen gerade in ärmeren Ländern fotografiert, ja, und entwickelt kurz vor Ort noch so ein Bild in der Kamera, druckt es dann aus und gebt denen was an die Hand. Ihr habt sie ja fotografiert, ihr gebt praktisch was zurück, ja. Das ist Gefühl, Emotion und ein Erlebnis, was ihr plötzlich bekommt, was ich nicht mit Worten beschreiben kann, ja. Also ihr könnt euch vorstellen, ich bin in Vietnam an der Grenze zu Laos und fotografiere mit meiner Fujifilm-Kamera und plötzlich sieht dieser Mann, dass ich fotografiere und da hat er gesagt, ob er seine Orden rausholen soll. Und ich habe natürlich gesagt, ja, deine Orden, keine Ahnung, hol die halt raus. Und er kam mit seiner Uniform und hat die Orden angeheftet und war super stolz, dass ich ihm ein Bild an die Hand gegeben habe. Und der Tourguide, den ich hier dabei hatte, der hat den älteren Mann gefragt, wie alt er denn wäre. Er ist also 103 Jahre alt und hat alle Vietnamkriege überlebt, ja, und hat noch nie in seinem Leben vorher ein Bild ausgedruckt in seiner Hand von sich gehalten, ja. Und dieses Erlebnis, was da zurückkommt, ja, da kommt plötzlich die ganze Stadt, das ganze Dorf kommt zusammengelaufen und schaut sich an, ey cool, der hat echt ein Bild. Ihr seht hinten dran noch, die Schweine, also die leben echt unter ärmlichsten Verhältnissen, haben noch nie sowas bekommen. Und das kostet uns einen Euro, dieser Ausdruck, ja, aber was da zurückkommt, die wollen dich zum Essen einladen, die zeigen dir alles. Das ist ein wahnsinniges Gefühl, ja. Hier so ein paar Beispielbilder über die Leute, die sich immer über so einen Ausdruck freuen. Hier eine ganze Familie, ja. Wir sind dann zwei Wochen später nochmal an diesem Ort vorbeigefahren und haben Kinderklamotten vorbeigebracht, die wir mitgenommen hatten von zu Hause. Und die haben uns wieder dieses Bild gezeigt und sind immer noch voll happy gewesen, ja. Also das ist was, da kommt auch was zurück. So, unter anderem in Studiojobs nutze ich sowas. Oft sieht man bei meinen Arbeiten, dass ich so ein bisschen aufwendigere Setaufbauten mache, die aber meistens eigentlich gar nicht viel Geld kosten. Hier zum Beispiel bei mir zu Hause im Studio in der weißen Hohlkehle, habe ich den Förster gefragt, gibt es denn so ein bisschen Birkenmaterial, Birkenstämme, die ich mir besorgen könnte fürs Studio. Einfach, um in der kalten Jahreszeit, wie die, das geht ja jetzt los, im Studio ein paar coole Aufnahmen zu machen, ja. Und eher kein Problem, da gibt es einen Birkenwald, die müssen eh ein bisschen ausgedünnt werden, kannst du die abholen. An der Decke habe ich so eine Baumatte, sieht man vielleicht ganz leicht noch, aufgehängt, um dann an verschiedenen Positionen diese Birkenstämme aufzuhängen. Am Boden sieht man so ein bisschen Waldboden aufgebaut und ich mache mir eigentlich vorher dann ein bisschen Gedanken, wie könnte ich ein kreatives Set bauen, um dann eine Arbeit praktisch zu präsentieren und zu fotografieren. Dieses Bild ist praktisch entstanden in diesem weißen Set, das ihr gerade gesehen habt, ja. Das heißt, die Hohlkehle, die vorher weiß war, wird natürlich nicht angeblitzt. Das heißt, der Blitz ist eigentlich nur so ein bisschen fokussiert auf das Modell. Man sieht noch ein bisschen Tiefe im Bild. Hier sieht man ganz cool, wie das Out-of-Cam ausgesehen hat. Also auf der linken Seite ist praktisch das, was aus der Kamera rausgekommen ist und rechte Seite war dann das bearbeitete Bild. Da steckt natürlich dann auch nochmal eine halbe Stunde Bildbearbeitung drin. So, ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, bauen wir hier mal ganz kurz ein kleines Kreativ-Set auf. Ich habe mir gedacht, jetzt geht die kalte Jahreszeit los und auf den Feldern steht der Mais. Würdet ihr mir helfen, ja? Das wäre super nett. Danke. Gerade mal vielleicht den schwarzen Hintergrund ein bisschen nach vorne ziehen. Die kalte Jahreszeit geht los, auf den Feldern steht der Mais. Der Mais wird leider nicht benutzt, habe ich jetzt von einem Bauern erfahren. Da der Mais dieses Jahr aufgrund der Trockenheit wirklich unheimlich schlecht von der Qualität ist. Und der Verkauf würde mehr Arbeit ausmachen, wie der Mais eigentlich wert ist. So, ich habe mir Gedanken gemacht, wie bekomme ich denn das Maisfeld bei mir ins Studio. Ja, wenn es jetzt losgeht mit dem Regenwetter, ich will den einfach so ein bisschen zum Probieren zu Hause im Studio haben. Und mein Befreundeter Fotograf, der Jens Burger, der hier gerade mithilft beim Aufbauen, vielleicht mal ein Applaus für unsere X-Fotografen von Futschi Film, die nicht nur Fotografen, sondern auch Assistenten sein können. Der sagt mir immer, du, wenn du mal ein kreatives Loch hast, geh einfach in den Baumarkt. Da gibt es so viel Zeug. Schau dich ein bisschen um, geh mit kreativen, offenen Augen durch den Baumarkt und du wirst immer was finden, was du verwenden kannst beim Shooting. So, hier zum Beispiel habe ich diese Rasendrainagemattenplatten gefunden, ja. Jetzt fragt man sich, was will der mit diesen Rasenmatten, was hat er da vorher? Ich habe einfach eine Möglichkeit gesucht, wie ich diese Maisstauden, ohne kompakt in eine Blumenvase zu stellen, irgendwo im Studio auf eine breite Fläche verteilen könnte. Das heißt, diese Maisstauden sind alle unten drin etwas hohl. Die haben so ein bisschen leichtes Material drin. Dann habe ich so Bambusstäbchen genommen, die da unten reingesteckt, das Bambusstäbchen abgeschnitten und am Ende seht ihr praktisch nur hier so ein kleines Bambusteil rausschauen. Und somit habe ich die Möglichkeit, dass ich auf eine relativ breite Fläche noch ein bisschen fast wie naturgetreu die Maisstauden aufstellen kann, ja. Die Dinge kosten drei, vier Euro, also das ist echt auch nicht viel. Gibt es leider nicht bei Manfrotto, sondern nur bei Obi, ja. Also es sind Stative, die es beim Obi gibt. Man könnte zum Beispiel auch vor dem Blitz so ein Teil halten. Das sieht aus wie ein Kirchenfensterschatten zum Beispiel, ja. Also man muss einfach so ein bisschen mit kreativen Augen durchs Leben gehen und im Baumarkt findet sich wirklich sehr oft viel Material. So, unsere fleißigen Helfer verteilen jetzt gerade noch hier den Mais. Zum Mais selber und zu diesem Setaufbau. Wir können natürlich jetzt hier nicht das zeigen, was ich im Studio machen würde. Da hätte ich mehr Platz. Rechts davon würde ein Blitz stehen, links davon würde ein Blitz stehen. Rechts fällt hier weg, da diese Mauer vom Messestand zu sehen ist, ja. Auf der linken Seite müssen die Zuschauer ein bisschen zurück, aber das funktioniert schon. Da ist ein Wiederholungstäter, der sitzt immer bei uns im Fuji-Vortrag, sehe ich gerade. Roman, hallo, servus. So, wir bauen dieses Maisfeld so ein bisschen breit gefächert auf. Das heißt, ich versuche natürlich auf den Bildern ein bisschen Tiefe zu erzeugen. Tiefe, was meint man mit Tiefe in einem Bild? Ihr kennt es alle, wenn ihr offenblendig fotografiert, sehen oft die Modelle, die ihr fotografiert, freigestellte aus. Das heißt, der Hintergrund ist oft unscharf und das Modell an sich wirkt scharf, ja. Das wollen wir natürlich hier jetzt auch machen. Das heißt, den Hintergrund, hier diese Maisstauden, die wollen wir ein bisschen unscharf gestalten. Dann vorne in die Mitte werde ich ein Modell reinstellen und dann haben wir verschiedene Ebenen in unserem Bild. So, wie weit sind wir? Eins bräuchte ich, eins und einen Halm. Genau, danke. Das reicht, ja, ja. So, so werden die praktisch eingestellt und stehen dann im Studio eigentlich perfekt. Ist so eine Low-Budget-Variante. Ihr könnt nachts, wenn es dunkel ist, natürlich aufs Maisfeld und könnt euch die Dinge abcutten. Ja, lasst euch nur nicht erwischen. Ich habe ganz offiziell den Bauer gefragt. Er hat gesagt, ja, ja, nimm mit, was du brauchst, weil der Mais ist nichts wert. Heuer wird es so sein, dass der Mais nicht verfüttert wird und nicht verkauft wird, weil es zu wenig gibt für die Arbeit, die nötig ist. Das heißt, der Mais bei den meisten wird nur umgemulcht. So, wir haben unser Set, wir haben unsere Blitze hier aus dem Hause pro Foto. Was ich ganz cool finde, solange das Wetter noch gut ist, könnten wir den auch mitnehmen, denn er hat kein Kabel, ja. Das ist ein unheimlicher Vorteil. Das ist ein Akkublitz, der bestimmt 300, 400 Auslösungen hält, den man überall hin mitnehmen kann, ja. Wir haben hier nur eine begrenzte Auswahl an Softboxen. Ich habe jetzt bewusst mal eine etwas kleinere, so einen Beauty-Dich gewählt. Den noch nicht anmachen, Jens. Hier so einen kleinen Beauty-Dich gewählt, um unser Modell jetzt auszuleuchten. Wir haben unsere Blitze, wir haben unser Low-Budget-Set, wir haben unsere Kamera. Hier in diesem Fall jetzt, was habe ich auf der Bühne zur Verfügung? Eine X-H1 aus dem Hause Fujifilm. Eine Kamera, die ich selbst jetzt nicht nutze, da ich nicht so viel filme. Aber das Gute bei den Fuji-Systemen ist, dass die Kameras untereinander eigentlich gleich funktionieren. Das heißt, die Einstellrädchen, die ganzen Tasten sind eigentlich genauso angeordnet, wie bei den anderen Modellen. So, jetzt ist es so, dass hinter dieser Bühne ist ja hier so eine weiße Wand. Da sitzen unheimlich viele Japaner. Und diese Japaner haben die Aufgabe, anhand des Applauses zu messen, ob ich vielleicht an der nächsten Fotokina im Mai nochmal da sein darf, ja. Und es wäre jetzt von euch unheimlich gut, wenn ihr mich dabei unterstützen würdet, dass die alle drinsitzen an ihren iPads und so, hohoho, ja. Den schreiben wir noch auf, ne. Für nächstes Jahr, okay. Wir begrüßen unser bezauberndes Modell, Anastasia. Wuhu! Wuhu! Hallo, Anastasia. Dankeschön. Zur Modellführung sage ich euch kurz ein paar Worte, weil wir so ein bisschen in Zeitdruck sind. Auf meinen Workshops bei Fujifilm, bei der Fujifilm School, sehe ich sehr oft den falschen, in Anführungszeichen, den falschen Umgang mit Modellen, ja. Das heißt, oft sind die Leute natürlich schüchtern, weil sie sich noch nicht so trauen, haben vielleicht noch nicht so oft mit Modellen gearbeitet, ja. Unheimlich wichtig ist aber, dass ihr mit dem Modell auf eine Wellenlänge kommt, ja. Ihr müsst versuchen, so im Flow zu sein mit der, ja. Ihr könnt euch vorstellen, wenn das Modell reinkommt, steht erstmal eine Dreiviertelstunde bei euch im Wohnzimmer, weil ihr vielleicht noch eine Wäscheklammer sucht, wo ihr was zusammen machen wollt oder so. Ihr müsst vorbereitet sein. Stellt euch, wenn sie reinkommt, mit eurem Namen vor. Merkt euch ihr Name. Denn ich kann euch sagen, wichtig bei den Bildern, ihr kennt das alle zu Hause, bei Lightroom, ihr tacket durch, warum sind die Bilder so blöd? Ah, da ist eins dabei, das ist gut, ja. Das ist ja so dieser Moment, wo du jetzt sagt, oh, das sind jetzt 200 Bilder, aber das ist das Bild. Warum ist das so? Weil oft die Modelle mit euch nicht im Flow waren. Das Modell kommt rein, stellt sich vor, ihr fangt an zu shooten und gebt dem Modell Anweisung und sagt vielleicht, ey, kannst du mal ein bisschen nach links gucken? So, Was macht das Modell bei den nächsten 10 Bildern? Ey, hat der mich jetzt mit A angeredet? Ich habe doch gesagt, ich heiße Anastasia. Sagt der A. Naja, okay, das ist schon ein ganz schöner Depp. Ja, so, ja, okay, jetzt fotografiert er, jetzt bin ich erstmal so ein bisschen busy. Ist es so? Ja, A, genau, A. Dann sagt die A, wo ist überhaupt links? Meint der jetzt mein links? Äh, meint der sein links? Was passiert mit den nächsten 10 Bildern? Sie lotet aus zwischen Fotograf und Modell. Ich mache jetzt mal so, er hat gesagt, bisschen links, ich mache mal so. Bisschen bei Modellen ist oft 20 Zentimeter. Ja, der Fotograf, ah, nee, 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 nicht so viel. Okay, zu links hat er nicht gesagt, aber nicht so viel. Sie ist wieder auf Halbmast. Ah, okay, aber das links könnte richtig sein. Sie ist wieder verunsichert. 10 Bilder für die Tonne, ich kann es euch sagen. Ja, sie weiß nicht, welches links ich meine. Deshalb nutzt eure Fernsteuerung, die ihr immer dabei habt, eure Hand, ja, geht zu dem Modell hin und sagt, Anastasia, könntest du deinen Kopf vielleicht so einen Tacken nach links drehen? Und sie wird genau das machen, was ihr ihr zeigt. Ja, okay, sie weiß genau, was ist ein Tacken, was ist ein wenig, was ist ein bisschen. Ja, ihr könnt es mit dieser Handfernsteuerung unheimlich gut machen. Kopf kippen, neigen, drehen, wie auch immer. Versucht nur nicht zu überdrehen, ja, sonst machen wir Eulenbilder. Okay, so, wir fangen an zu shooten. Anastasia, du bist bereit? Okay, wir haben hier unseren Blitz, den versuchen wir mal auf die richtige Höhe zu bringen, weil Anastasia ist kein kleines Modell, nein. So, hier, das würde ich sagen, passt ganz gut. Bei dieser Szene kann ruhig auch der Schatten und so weiter recht hart sein. Wir haben hier nur leider so ein bisschen kleinere Softboxen, aber ihr könntet auch zum Beispiel mit einem richtigen, mit so einem breiteren Reflektor, zum Beispiel einen Silberen, blitzen, ja, dass die Schatten richtig hart werden. Wir versuchen gerade mal ein Bild zu machen. So, die Kamera stelle ich jetzt ein bisschen offenblendig ein, weil ich möchte ja ein bisschen Tiefe ins Bild bekommen. Wir machen jetzt gerade mal einen Test. So, das sieht schon mal ganz gut aus von der Grundbeleuchtung, ja. Das heißt, wir haben hier ein Maisfeld. Bei mir im Studio würde ich das Ganze natürlich noch ein bisschen breiter ziehen, ja, aufgrund der Distanz und der Fläche hier, wenn ich jetzt hier weitwinklig fotografieren würde, hätte ich den Jens Burger drauf, was natürlich super schön wäre, aber jetzt für die Szene unpassend. So, macht euch nicht zu viel Gedanken über die perfekte Ausleuchtung, ja. Geht nach eurem Gefühl, macht den Blitz ein bisschen heller, wenn es euch zu dunkel ist, macht die Blende weiter auf, wenn es euch zu dunkel ist, ja. Fangt nicht an und geht mit dem Belichtungsmesser hin und messt aus, geht wieder zurück, das Modell wird wahnsinnig. Ja, wenn es euch zu dunkel ist, hier einfach einen Tacken heller machen, zack, macht noch ein Bild. Anastasia, geht es dir noch gut? Wenn du Hunger hast, kannst du dir eine Maiskolbe nehmen, ne? Perfekt. So, jetzt schauen wir mal. Ja, ist etwas heller, passt super gut. Was mir hier jetzt noch nicht gefällt, ist, die Tiefe fehlt mir im Bild, ja. Wir müssten jetzt versuchen, diese hintere Maisreihe noch ein bisschen anzuleuchten. Jens, wärst du so freundlich, vielleicht gerade mal den Blitz anzuschalten? Nicht auf den Hintergrund, bewusst nicht auf den Hintergrund richten, sondern auf die letzte oder vorletzte Maisreihe, das einfach so ein bisschen streulicht noch, nur die Maiskolben oder die Maisstauden ein bisschen aufhält, ja. Der Hintergrund, der kann ruhig absaufen, deshalb haben wir bewusst hier einen schwarzen Hintergrund gewählt. Auch anschließend, wenn ihr in die Bildbearbeitung geht, ist das echt eine coole Sache, wenn ihr ein Bildlook entwickelt und macht so ein Maisfeld-Shooting und man kann eigentlich nicht wirklich sehen, ist das in der Nacht passieren oder ist das drinnen, ist das draußen. Also der Bildlook, wo dann anschließend entsteht, ja, ist sehr speziell. So, jetzt schauen wir uns das gerade mal an. Hier sehen wir jetzt natürlich, im Vergleich zu vorher, das war das erste Bild, was wir gemacht haben und hier haben wir jetzt ein bisschen mehr Tiefe im Bild. Das heißt, wir sehen auch hinten mehr Maisstauden. Das könnten wir natürlich jetzt noch ein bisschen ausbauen. Hinten ist noch ein bisschen viel Luft. Wir könnten noch so eine Rasenplatte reinstellen, um einfach das Ganze noch ein bisschen breiter zu fächern und dichter zu machen. Was ich auch gerne nutze, ist zum Beispiel, auch wieder eine Ebene mehr zu bauen, hier so eine Maisstaude noch im Vordergrund zu haben, ja. Denn eine alte Fotografenregel sagt, Vordergrund macht Bild gesund. Ja? Anastasia, bist du bereit? Ich gebe dir jetzt noch mal was ganz Diabolisches an die Hand. Ich habe hier aus Kenia noch mal so einen Voodoo-Stab mitgebracht. Schau mir gerade mal an, vielleicht, wenn du den so ein bisschen nach vorne bringst. Genau, perfekt. Hier könnte jetzt zum Beispiel diese Maisstauden ein bisschen zu hell werden, weil sie sehr nah am Blitz steht. Das könnte man anschließend in der Post-Production natürlich noch ein bisschen nachregeln. Anastasia, bist du bereit? Ich würde sagen, dreh deinen Kopf ein bisschen nach links zum Blitz hin. Jawohl, perfekt. Und den Stab, ja, das passt perfekt so. Sehr gut. Schauen wir uns das Ergebnis an. Jawohl, die hinteren Maisreihen sind jetzt auch gut belichtet. Und ihr seht im Vordergrund, im Vergleich zu dem ersten, einfach noch so eine Maisstaude, die da reinkommt und uns so noch ein bisschen Tiefe gibt. Auch das könnt ihr noch weiter ausbauen. Zwei, drei Maisstauden im Vordergrund aufbauen und ihr bekommt noch einen ganz anderen Bildlook. So, jetzt wird es zu Hause nachgebaut. Besorgt euch alle noch ein bisschen Mais für den Winter. Es wird eine harte Zeit. Es ist relativ einfach. Es gibt eine Riesensauerei. Die Japaner hassen mich immer. Deshalb kriege ich immer die letzte Show am Abend, weil die Riesensauerei hier entsteht. Trotz der späten Zeit hat es mich unheimlich gefreut, dass ihr so zahlreich noch hier erschienen seid. Ich würde sagen, unser Modell war prima und dafür hat es einen tollen Applaus verdient. Die Anastasia. Dankeschön. Dankeschön. So, ich wünsche euch alle noch viel Spaß auf der Messe. Schaut euch am Fujifilm-Stand die Produkte an. Die neuen Kameras X-T3. Absolute Waffe. Probiert sie selbst aus. Nehmt eure Speicherkarten, steckt die rein und schaut euch die Ergebnisse zu Hause an. Wer dann noch Fragen hat anschließend, ich bin noch ein bisschen am Stand hier. Viel Spaß noch auf der Messe. Kommt alle gut nach Hause, wenn ihr anschließend heimfahrt. Euer Peter Haug. Dankeschön. 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 Vielen Dank.